Sie sind hier, 14. Januar 2019, 12.19 Uhr, von Florian Plettenberg, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Adrian Rabiotel, und Timo Werner, er, werden als Zugänge beim FC Bayern gehandelt, Urheberrecht, Sport 1 Grafik, Mark Till, Getty Images, E-Stock der FC Bayern München will im Sommer im größeren Stile investieren. Wie könnte die Bayern F 2019 aussehen? Sport 1 macht den Kadercheck, von Florian Plettenberg folgen et plättigol Florian Plettenberg, Jahrgang 1988 studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an. Untertitelung des ZDF, 2020